Charlie, das ist dein großer Film-Moment, okay? Du musst was Großes tun, was Dummes. Ich liebe dich. Oh, nein. Zu groß, zu dumm. Gang zurück. Ja, das war ein bisschen schräg. Wir sind noch nicht so weit. Ja, okay. Ich will auch nur sagen... Gott, ich weiß nicht, warum das so schwer ist. Ich muss zu meinem Shuttle, sonst verpasse ich noch den Zug. Nein, warte, okay. Hör zu. Ich möchte nur, dass du weißt, wie unglaublich ich dich finde. Du bist der interessanteste Mann, den ich je kennengelernt habe. Und der lustigste. Du bist wunderschön. Und ich mag dich. Wirklich sehr. Ich wollte nur, dass du das weißt, bevor du abreißt. Und Noah hat mir einiges erzählt. Oh, Charlie, hör bitte niemals... nie auf Noah. Das sagst du jetzt? Du hast tatsächlich ein Brot für mich geklaut? Ich hab tatsächlich ein Brot für dich gestohlen.